So, wie schaut's denn hier aus? Hm. Da könnten wir hier eigentlich noch ein bisschen mehr Wald hinsetzen. So, und da könnten wir ein bisschen Weg wegmachen. Dann können wir da nämlich theoretisch auch noch ein bisschen Wald hinsetzen. Ähm, Wald. Wald. So. Das mit dem Wald hier, das glauben wir. Wow, das sieht gut aus. Das ist auch eigentlich eher wunderbar. Okay, Holz haben wir eigentlich echt genug. Da gibt's noch ein paar Siedler. Ach, das ist einfach so ein Reflex aus vergangenen Tagen. Diese Steuern andauernd zu erhöhen, obwohl's nicht nötig ist. Oh, Aristokraten schon wieder. So, die Frage, die sich halt stellt, ist, wie sieht es denn aus oder sähe es denn aus? Wenn wir dann halt wirklich an dem Punkt sind, wo wir halt sagen müssen, ähm, wir haben 4.000 Bürger. Dann bin ich ja mal gespannt, wie's mit der Versorgung ausschaut. Die Gewürze machen mir grad so ein bisschen Sorgen. Aber das kann auch daran liegen, dass wir halt einfach nur nicht schnell genug die Waren rankarren können. So. Ich bin jetzt grad mal ein bisschen übermütig. Ich bin gespannt, was passiert. Hier oben können wir auch noch einen reinhauen. Da war auch noch einer. Die Düh, die Düh, die Düh, die Düh. So. Da haben wir jetzt Bürger, das ist auch gut. Kann ich noch einen hoch. So. Nahrung sieht momentan noch gut aus. Wie gesagt, da müssen wir einen Blick drauf halten, auf alles eigentlich. Naja, die wird nicht mehr voll, wenn ich das jetzt grad so richtig gesehen hab. Gut, Gewürze sind wieder voll. Mhhm. Pompon Totododo. So, mich würde mal kurz interessieren, was ist eigentlich unser Auftrag? Eure Hauptstadt nach vollendeter Tat von mindestens 5.000 Einwohnern. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Zumal es auf dieser Insel halt auch nur ein Gold gibt, das ist so ein bisschen schade, wäre ich mein. Ich hatte, dass man Flüssen nicht Gold auswaschen kann. Das wäre ja auch noch hübsch. Ich meine, da habe ich echt noch einen ganz schönen langen Weg vor mir. Und ich persönlich habe auch so ein bisschen meinen Zweifel. Ob ich das mit, ähm, der Versorgung hinkriege. Ich meine, deswegen bin ich ja so langsam und vorsichtig, weil ich echt denke, dass die Versorgung da echt knapp wird. Momentan lebt meine Versorgung ja noch ein bisschen auch davon, dass ich auf den Schiffen nach Ablieferung ja immer noch Zeug über habe. So wie hier. Aber wenn es mal gegen Später dann nicht mehr der Fall ist, dann muss ich echt sagen, boah, Hut ab, ey. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch viel mehr Schiffe bauen. So, apropos Schiffe bauen. Ich glaube, hier wollte ich... ...einen Kontor bauen. Gut, und dann wäre das hier noch gewesen, ne? Genau, sonst hätte ich dann alle. Der da. Der da. Der da eh. Der da. Der. 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 Der da sowieso. Der da, ja. Der ist gut ja jetzt und dann der. Okay. Okay, okay, okay. Der, der da. Der da, der da. Der da. Der da. Der da. Und dann können wir hier wieder alles zurückholen, zack und zack, der kann wieder da hoch. Und dann können wir hier hinten eigentlich mal probieren. Also das kriege ich ja eh nicht hin. Also ich bin gerade am überlegen, wenn ich hier ein Konto hinbaue, so quer, da kann ich ja nicht reinbauen. Also wir können ja mal mit dem Schiff einfach mal hier hinfahren. So, dann überlege ich nämlich mal, wenn ich jetzt mit dem Tabakfeld anfangen würde. Das wäre dann ja einmal so. So. So irgendwie und so irgendwie. Dazwischen wir eine Straße, dann käme da noch einer hin und da könnten wir noch einen hinmachen. Also hier können wir auf jeden Fall drei machen. An der Enge wird es ein bisschen interessanter. Da kann ich aber von Kontor wägen. Also einen. Moment, das geht ja bis diese Kante und... Ah, das wird schon gehen. Das Einzige, was ich mich halt jetzt so ein bisschen frage, ist... Was kriege ich alles abgedeckt? Zur Not muss ich halt wirklich da unten. So, einmal wäre das so. Naja, genau. Vielleicht lieber so. Naja, so. Dann müsste ich hier unten sagen. Marktplatz. Aber dafür bräuchte ich dann quasi hier. Ähm. Oder wir machen das halt wirklich so, dass wir hier sagen. Du da. Ja, aber du bist zwei. Du bist definitiv immer zwei. Okay. Also wir versuchen das mal ein bisschen durchzuplanen. So, also wir hätten... Hier hätten wir... Eine... Und zwei. Das würde... Exakt passen. Dann müsste der Weg von dem nach da hinten... So, und von hier... Wären auch zwei. Das heißt, ich hätte dann auf jeden Fall... Pfade. Und da könnte man einen machen. Da wäre einer. Bis zu der Baumkante hier. Da wäre einer. Und da wäre einer. Den könnte man sogar so machen. Der geht bis zu dem Baum. Dann wäre das so. Zwei. Und drei. Also das wird... Das wird... Das wird halbwegs passen. Das heißt, theoretisch könnte ich mein Kontor da oben hinsetzen. Dann wird es mit dem... Passen da hinten aber ein bisschen kritisch. So, was ich halt ganz gerne hätte, wäre... Maximalabdeckung. Was so fast so ein bisschen wäre. Aber auch nur fast. Da fehlen halt immer die Endstückchen. Also hier in dieser Breite nicht. Aber vielleicht in der da. Also wenn ich das jetzt so mache. Hätte ich ja die ganze Insel. Und dann müsste ich da oben sagen. Also es wäre ja so. So. Das wäre ja so. Und... Noch ein runter. Und so. Dann wäre die maximale Breite. Dann käme hier einer rüber. So. So und... So. Das würde dann passen. Und dann gibt es hier noch einen. Das würde passen. Das heißt... Wie müsste ich dich da hinsetzen? Eigentlich genau hier ins Eck. Weil die anderen, die sind ja ein bisschen abgezogen. Das heißt, dich könnte ich jetzt hier... Genau da hinsetzen. Dann würde ich jetzt hier mal sagen... Jetzt wird gerodet. Den Kai möchte ich behalten. Soweit es geht. So. Dann kann der mal da hingehen. Ist mir gerade mal egal. So. Und dann könnte ich jetzt zu dir sagen... Also. Das eine ist... 1, 2, 3, 4 und... So. Kann ich da noch abreißen? Alles klar. Okay. Also. Es geht nicht 100%. Aber wir probieren, was wir können. Das heißt, hier haben wir Tabak. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das wäre dann ja so. Genau. Gut. Dann würde ich ja hier so... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3 und 4. So. Dann wäre der nächste hier... Sekunde. So, ne? Boah, so würde ich das sehen. Der wäre quasi so. Können wir vielleicht auch noch einen nach oben ziehen. Dann ist er halt dem im Weg. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt das Drama, wer. Ah, den können wir sogar so hinsetzen. Dann ist bloß die Frage, wie kommen wir zu dem da hinten. So, da würde ich doch mal mit dem anfangen wollen. Machen wir doch noch mal mit dem da, ha? Also, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Drop. Und 1, 2, 3 und 4. So. Können wir gleich mal die nächste Plantage hier hinsetzen. Ja, wahrscheinlich. Drehen. Drehen. So, den würde ich ganz gerne da haben. Das heißt, wir fangen jetzt auch mit dem an. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, und so. So, und dann würde ich zu dir ganz gerne mal gucken. Ha! Von dem komme ich dann da rüber. Das heißt, hier oben habe ich wieder ein bisschen mehr Spielraum. Genau, das Einzige. Der Einzige, der nicht ganz optimal liegt, ist der da bin ich am überlegen, ob ich den nicht so hoch ziehe und den dann ein rüber ein rüber. Dann verliere ich hier zwei, weil ich dann den direkten Link hätte. zack, zack, zack. Der ist eh mitten im Sumpf. So, wer halt optimal ausgenutzt, ich baue erstmal den hier unten. Dann können wir gucken, wo wir den anderen hingesetzt kriegen. Wir können den theoretisch auch einen reinsetzen. Nö, ich würde den jetzt erstmal so hinsetzen. Ich komme jetzt kurz aus. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020